gut wir geben jetzt das mal alles ab ja abwahl brauchen wir nie köder zum fischen dann aber sehr viele normale fahne haben wir gesammelt das war ja nicht schlecht eigentlich nullböre braucht man immer und das ja auch mann nicht gut nun chef was ist das nächste was wir müssen noch mal sammeln irgendwas jo ich hab da kein bock drauf gehen wir mal kurz hier rein nee nicht an die kiste zur katze ok tauschen kameraden dojo galerie alles stelle soll man doch mal reinschauen nee sonst werde ich auf twitch gleich gebannt extras beanspruchen das macht man jetzt 1 erhalten bundespaket 2 erhalten ok zusatzinlagen objekte nehmen ja das sind alles so einsteiger sachen weil es gibt ja wie viel 180 verschiedene monster gibt es in dem teil gegensatz zu world da gibt es glaube ich 60 und doch kein schon ähnliche arten dazu hatte was halt gleich eine andere frau gehoben das hier sind ja wirklich alles unterschiedliche mannschaft die normaler untergruppe erhoben auch noch wie elemente oder drachen ja relativ viel und sehr umständlich da runterladen was kann ich da eigentlich geht das schnell ich hoffe weil dann machen wir das jetzt schnell weil da gibt es so paar kleinigkeiten schau schau info ok ok quests oh so kriegt man die oh kann ich das bestätigen alle ja nee nein ich will alle auswählen ja dann können wir das müssen wir da nicht einzeln wenn es damals alles einzeln angeklickt und alles runtergeladen download läuft da werden aber keine daten runtergeladen nur das was auf dem spiel schon drauf ist verstehe ich nicht jo wie lange dauert das hm hm oh mein gott nein dauert das ewig oder was 13 objekte herunterzuladen dauert ewig dabei blödsinn machen geht schon sind jetzt alle runter geladen also ich das ist ein anderes oder das waiting danke oder was mit einem ja danke ok genau jetzt wo es nicht so interessant ich muss ich was machen ach so so ist das ok jetzt müsste das jetzt eigentlich haben wir das jetzt runter geladen dass das geht das ok was brauchen wir dafür baby tagebuch ja haben wir zwölf hi hi sorry hab grad konzentriert ok so baby tagebücher haben wir genug oder noch nicht das ist falsch gelesen aber trotzdem müssen wir jetzt leider sammeln servas werde nichts nutzen ja hügelhörner hügelhörner liefere drei pilze ab 5 jahre danach sollte man glaube ich schon weiter kommen das ist halt kein monster momentan aber was auf dem weg ist oder sollte manche kämen das wäre blöd allzeit wir nehmen ausdauer weil da wird nichts größeres kämen ein schönen spieß käse von die lecker und die klein essen auch ein riesen stück käse ok und die Kani schön dann los ab aufs abenteuer wie immer zum alten mann hingehen und betteln er gibt jetzt was ja er hat was alte spitzhackel ist sehr gut ja jetzt schon böse jetzt sollten wir abhauen karte fragbar für was eigentlich weil es ins wertcom monster angreifen größeres leider wir gehen jetzt nur pilze sammeln abends gibt es hat ja vor kurzer zeit ist richtig viele pilze geben im wald so eine schöne pilz super lecker kraut kraut ich sollte die pilze fahren damit der ist doch da pilze 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 lecker aber welche pilze muss jetzt noch mal sammeln habe ich schon wieder vergessen einmalige pilz das glaube ich schauen objekt quest hier unheil pilz habe ich ein unheil pilz schon bekommen glaubt nicht die gibt es glaube ich nur ganz oben auf der map bei 11 und so 11 10 und 9 ich vermute sie mal da ob das stimmt oder hier in der höhle könnte auch sein hier sind auch viele pilze das ist alles nichts was wir brauchen hier wird nichts sein hier vielleicht wer der greift mir jetzt an hier ja leute ja wo danke kaum kauf von sammeln setzt sich rockin stehe auf kämpfe ok ich fallen lege und lege keine fallen das ist sehr gut schön na lebt noch ok sonst keine pilze hier ne na das hat er hat er im prinzip ja schon drauf nur das machen die katzen immer nach gut dünken so gesagt ja das passt schon weh die greift mir jetzt an wir haben jetzt zweimal daneben geschlagen aber die machen keinen schaden diese katzen spinnen netz braucht man für fallen später jo hey lass mich in ruhe ja danke spinnen netz gut aber wo sind diese speziellen pilze wir brauchen drei stück oder unheilpilz ja einen noch einen ja noch einen jetzt sind wir glaube ich durch drei waren es oder oder fünf fünf ja okay zu früh gefreut hier nicht mal hier schauen unheilpilz ja haben wir davor drei gekriegt ich weiß es nicht ja ne unheilpilz fünf ja raus sofort raus hier geht es am schnellsten auf 10 wo geht es hier raus ach hier ab nach hause oder ein fisch fangen noch wir haben zeit beißt jemand an beißt jemand an und ja ein prachtexemplar für die kätzchen später bisschen sushi gut ab nach hause mit dem kätzchen express und sollte dann endlich einmal das größere monster kämen einmal das erste zumindest ja hier wo war das gesten hier zu spät ja okay wir sind fertig ab nach hause nicht hier rein in die objektbox da müssen wir das nicht alles ausraumen fertig ok schön oh ja jetzt will er mit ins reden sehr gut ja jetzt gibt es die erste größere das größere monster dringend ja gut gut noch was essen mit gutschein ja nennen wir das nennen wir das nennen wir das das ist irrelevant gut es gibt mal es wird mich interessieren kann ich schon eine ausrüstung kaufen eine waffe vielleicht die hier ein hammer ausrüstung geht gar nichts oder was nein schade okay dann lassen wir das vorerst für mich waffen schmieden da energie oh können wir alles machen sehr gut das auch 80 ja das ist fast zu gut nennen wir gleich anlegen schön schönes Ding sieht auch schon besser aus jetzt legen wir noch objekte ab die Spitzhacken haben wir miet den rest braucht man nicht alles müll vorerst sonst wird alles wirklich benötigt sechs Spinnen das bedeutet sechs fallen auch sehr gut let's go ab auf die Jagd gut gut ich weiß halt jetzt eigentlich gar nicht was ich so reden soll während der Zeit soll ich Spiel erklären oder was keine Ahnung oder auch noch umblödeln alter Mann gib mir wieder was ah hier kleiner kleine ja nochmal ja kriegst noch was alter Mann gib mir noch was ja oh dreimal schon ja jetzt ist schon böse abhauen weg jump jetzt na was ist okay der Jagi müsste da drüben sein der Jagi gehört da wie zu die Vogel wie Fran was zum Spiel erklären es ist halt Monster Hunter man jagt Monster immer größere und aus dem macht man bessere Waffen aus ihren Teilen das heißt man muss die Monster öfters erledigen obwohl es besser wäre wenn man sie erfangt lebendig fangt sie einfach nur schwächt und als Forschungsobjekt und das ist jetzt das erste größere Monster der Groß Macau und die sind dann schon etwas schwerer weil die auch mehr Schaden machen und Rüstung und so das coole an Monster Hunter World Ultimate was wir jetzt gerade spielen ist dass es halt richtig viele Outfits gibt also ich sollte mich ein bisschen auf Kampf jetzt konzentrieren weil es ist jetzt ein bisschen blöd so okay ja und das ist halt eins der schnelle Monster mit denen ich nicht so klar komme ja er hat es auf Rocky abgesichert ich habe jetzt bis jetzt noch keinen einzigen Schlag getroffen falsche Waffe falsche Waffe okay bis mir zu schnell Junge ich habe dich doch getroffen nein ich wollte jetzt einen Abwärtshieb machen gibt es ja nicht kurz was trinken weil sonst sterbe ich jetzt äh nein nein lauf Junge das Mädchen lauf lauf so jetzt aber beweg dich nicht so jetzt mit der großen Axt vielleicht damit aus dem Weg springen das schon mal was der Energie hat ja jetzt das hat ihm da mal sehr weh getan ah falsche Richtung komm schon ich habe ihn noch getroffen beim weg hier nein und das Schöne ist bei dem Spiel stirbt man nicht man wird nur unmächtig man stirbt nie komplett okay das war jetzt richtig schlecht von mir Junge gegen den Großmark auf verloren also das ist eins der einfachsten Monster das gibt's doch nicht vor allem der ich kann mich gar nicht daran erinnern dass der so schnell hin und her kupft ist ah er kommt sogar ins entgegen achso wir haben jetzt auch gib her oh Ikani nice sorry Ikani bringt ihn einfach zu voll lol wow schön auf das Hinterteil ja jetzt geht nochmal Schaden rein oh jetzt ist schon wütend jetzt hat er kaum Bock wo schrock ich eigentlich die ganze Zeit der pennt da hinten wieder ok schnell was trinken weg hier nein kurze Ausdauer tanken mach einen Angriff wow wow nein nein jetzt wollt ihr angreifen 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 ja 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 gut ich weiß jetzt nicht was ich drücken soll ah das nein ah ich bin runtergeflogen das wusste ich jetzt nicht mehr wie das ging so kurze aufladen und weg hier ok ok kämpft da hinten ich habe kein leben dabei sehr unvorbereitet in den kampf gut ok Okay. Nein, 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 nein. Nein. Jetzt, das hat wehgetan. Kleiner, das hat wehgetan. Okay, Rocky hat irgendeinen Buff rausgehauen. Jo, jetzt wieder. Ja, rein da. Echt müde. Nein, nein, jetzt. Gut. Ah, ne Giftfalle. Gut, Rocky. Komm. Komm her. Komm hier rüber. Ja. Voll auf den Kopf. Ja. Dank Rocky noch. Mit der Falle. Ah, ja. Es war jetzt ein echt harter Kampf. Hat Rocky noch zur rechten Zeit die Falle rausgeholt. Und sogar noch die gute, die Giftfalle, die uns nur Schaden macht. Okay. Ich kann hier fangen Schmetterling. Schön. Bisschen sammeln noch. Wow, war das jetzt ein Kampf. Und jetzt denk ich jetzt kommt noch der schwerere Gegner. Oh je, oh je. Ja, okay. Okay. Kann ich. Lass es sich gut gehen. Gut. Sieg. Mission completed. Okay. Alles. 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 Will alles haben. Fertig. Okay. Eine Objektbox. Okay. Eine Objektbox. Nur Rocky hat was gesammelt. Interessant. Besiegt. Stufe 4. Ja. Alles freigeschalten. Alles. 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 Alles.